Musik Username ist auf YouTube, was mittlerweile eigentlich ein Markenname ist. Was machen die Arschlöcher, Alter? Die bloggen mich. Dazu kommt außerdem, dass sie mich dann bloggen wegen Spam. Also ihr Wichser von Facebook, habt ihr überhaupt einen Plan, Alter? Dörfler! Mein Name! Dörfler! Mein Profil! Dörfler! Meine Marke! Dörfler! Meine Hüte! Dörfler! Mein Name! Dörfler! Mein Profil! Dörfler! Meine Marke! Dörfler! Meine Hüte! Ich hab mich dauerhaft gesperrt. Und wenn ihr euch irgendwelche Arschlöcher das erzählt, dann überprüft ihr das scheiße Trellix, Alter! Dann überprüft ihr das scheiße Trellix, Alter! Wenn ihr so scheiß Reichweite auf Facebook, YouTube, Twitter, überall habt, und ihr scheiß Wichser bloggen mich einfach, Alter! Kloppt mich einfach, Alter! Und dazu kommt, dass ihr meine verdammten Namen wollt! Wie oft hab ich so scheiß Drangelord verarsche Zeichen gemacht! Verarsche Zeichen gemacht! Kein Recht an meine Bild, kein Recht an Video, und kein Recht... Und eurer Stimme! Und eurer Stimme! Und eurer Stimme! Drangelord! Mein Name! Drangelord! Mein Profil! Drangelord! Meine Marke! Drangelord! Meine Hüte! Drangelord! Mein Name! Drangelord! Mein Profil! Drangelord! Meine Marke! Drangelord! Meine Hüte! Draco Lord Mein Name Draco Lord Mein Profil Draco Lord Meine Marke Draco Lord Meine Luder